Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Ist eine Veränderung möglich? Wenn man sich die deutschen Schlafwagenwähler anschaut, dann zweifelt man daran immer wieder, aber man kann ja zum Glück noch Hoffnung schöpfen. Man kann ja zum Glück noch sehen, dass es weltweit und vor allem gerade auch in Europa wirklich regelrechte Sensationen gibt. So eine Sensation ist nun auch passiert in Frankreich, denn alle Menschen, die sagen, es könne sich nie was ändern, die sollten sich anschauen, dass sich in Frankreich jetzt durch eine Wahl gravierend etwas ändert. Und ausgerechnet bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern hat man nun indirekt zugegeben, wovor man wirklich Angst hat. Da ist nämlich ein ARD-Moderator wirklich ausgerastet und hat gestanden, wovor die Etablierten zittern. Die angeblich bösen Rechtspopulisten triumphieren. So ähnlich lauteten die Schlagzeilen der etablierten Medien. Wenn man sich jetzt mal gerade anschaut, was da so kam. Und es kam wirklich in allen großen Medien, ich blende hier auch einige Quellen ein, dass ihr wirklich sehen könnt, diese Empörung, aber auch gleichzeitig Überraschung, über das Ergebnis von Marine Le Pen in Frankreich, die lähmt die deutsche Medienlandschaft. Man spricht wirklich von einem Überraschungssieg und vor allem spricht man noch viel deutlicher von einer krachenden Niederlage von Emmanuel Macron. Also der Mann, der als angeblich seine Präsidentschaftswahl ja ach so verdient gewonnen hatte, wo man noch vor wenigen Wochen praktisch in Feierlaune war beim Establishment, der hat nun ein gewaltiges Problem. Und es sieht so aus, er ist nur ein Präsident ohne Macht. Denn es ist in Frankreich wirklich historisch, muss man sagen, wenn man das französische Wahlsystem näher kennt und analysiert, dass ein Präsident nicht automatisch auch mit der absoluten Mehrheit im Parlament ausgestattet wird. Bisher war das für die französische Bevölkerung sozusagen eine ganz gängige Normalität. Und jetzt ist es eben so, dass Macron zwar Präsident ist, aber im Prinzip selbst nicht mehr viel zu melden hat und immer auf Mehrheiten angewiesen sein wird für seine Vorhaben, die er eben von anderen Parteien braucht. Von anderen Parteien zum Beispiel, wie von einem Linken, der ganz klar sagte, und das muss man auch mal sagen, auch wenn es ein Linker ist, ist es eine gute Sache, dass es eben nicht geht, dass das Renteneintrittsalter immer weiter erhöht wird. Und natürlich auch von Marie Le Pen, denn sie ist die wirkliche Siegerin. Das haben sogar die etablierten Medien zugegeben. Denn ihr müsst euch das mal vorstellen. Sie hat die Zahl ihrer Mandate etwas mehr sogar als verzehnfacht. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das wäre ungefähr so, wie wenn die AfD hier in Deutschland ihr Wahlergebnis verzehnfachen würde. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Und da hat man natürlich Panik bekommen. Denn wer sich denkt, ach, was interessiert mich Frankreich, der sollte sich anschauen, was das nämlich auch für Deutschland bedeutet, wie ein ARD-Moderator jetzt zugegeben hat. Doch lesen wir einfach direkt rein die Quelle. Hier heißt es bei Tagesthemen. Wir können nur hoffen, dass es Emmanuel Macron jetzt gelingt, sein tief zerrissenes Land wieder zusammenzuführen. Sonst entsteht ein Sog, der auch uns mitreißen könnte. Die Meinung zur Parlamentswahl in Frankreich von Michael Strempel. Und dazu muss man sagen, hier hat man es sich natürlich wieder einfach gemacht. Man hat einen ARD-Journalisten kommentieren lassen, der natürlich, wie sollte es anders sein, auch wieder Establishment-treu und systemtreu hier kommentiert und seine Meinung abgibt. Was ja vollkommen überflüssig ist in einer gebührenfinanzierten Sendung. Aber das nur am Rande. Dann wollen wir das Ganze nun mal inhaltlich stellen. Er spricht von einer Sogwirkung, die entstehen könnte, die sehr gefährlich sei. Und was meint er mit sehr gefährlich? Ihr wisst natürlich, dass freie Berichterstattung, gerade auch von ARD und ZDF, nicht erwünscht ist und Kritik auch nicht. Deswegen verzichte ich an dieser Stelle darauf, diesen Kommentar hier in Bild und Video einzublenden. Aber ich habe mir da etwas ausgedacht. Ich werde nämlich Zitate vorlesen von dieser Rede und dann kommentieren. Und wir lesen hier einfach mal rein, was der gute Mann so sagte. Hier heißt es nämlich, was sich da an Frankreich gerade zusammenbraut, ist brandgefährlich für die EU. Und ein weiteres Zitat, auch sehr wichtig, ohne ein stabiles Frankreich als Partner kann Deutschland in Europa einpacken. Und da haben wir es nämlich. Diese Politik, die gerade gemacht wird, dass man das Geld der deutschen Bevölkerung abschöpft und überall in der Welt verteilt, das ist ja EU-Politik, das wird ja über die EU gesteuert und das wird ja gerade auch von Baerbock und Habeck und eben der Ampelregierung auch, aber vor allem natürlich von den Grünen der Regierung vorangetrieben. Aber wenn die Stimmung in der EU kippt, wenn man sagt, es kann ja wohl nicht sein, dass man sich immer nur auf fremde Länder konzentriert, zum Beispiel, dass man jetzt immer Sanktionen zum eigenen Nachteil verhängt, dass man die eigene Wirtschaft europaweit kaputt machen will, wenn da die Stimmung in der EU wirklich kippt, dann könnte zum einen die ganze EU auseinanderbrechen und zum anderen könnte Deutschland mit dieser Position, wir müssen selbst dem eigenen Volk alles wegnehmen, um es Fremden zu geben, scheitern. Und davor scheint man wirklich ziemlich große Angst zu haben, hier bei der ARD. Jetzt ist es in diesem journalistischen Beitrag natürlich nochmal sehr wichtig, Klartext zu sprechen. Denn was bedeutet das Ganze wirklich? Worum geht es hier eigentlich? Es geht darum, dass eine Ideologie, die sagt, die Bürger, die Landesbevölkerung in Europas, müssen sich immer alles von der herrschenden Elite bieten lassen und das beste Beispiel aktuell, die Rekordinflation geht durch wirklich die Decke, man kann sagen, es wird immer schlimmer, es ist kein Ende in Sicht und da wird dann wirklich gesagt, tja, dann ist das eben so, das ist Solidarität und wenn Sprit ein bisschen teurer ist, wen interessiert das schon, dann kauft man eben nicht mehr die und die Lebensmittel, dann schränkt man sich eben ein. Das ist ja die Ideologie, die uns gepredigt wird und das mal alleine jetzt schon in Form von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, über staatlich verordertes Frieren im nächsten Herbst und Winter, das habe ich mir nicht ausgedacht, ich blende wie gesagt hier auch die Quelle ein, sonst könnte mir das keiner glauben, dass man darüber mittlerweile diskutiert. Das zeigt doch, wie krass, wie wirklich absolut krass sich diese Eliten von den Bürgern entfernt haben und vor allem, was man auch anmerken muss, wie sie uns verachten. Anders kann man es nicht sagen, das ist ja wirklich nur noch eine Verachtung der Bevölkerung und die wichtige Botschaft, diese Verachtung, die ist eben zu besiegen und alle Menschen, die immer sagen, man könne ja nichts verändern, die sollen jetzt mal nach Frankreich schauen, denn da sind die Bürger mal aufgestanden und haben wirklich was verändert, indem sie eben aktiv geworden sind, indem sie eben die Bewegung unterstützen, die ihre Meinung, ihre Interessen vertritt, ganz egal, was die Medien sagen. Denn die Medien hetzen in Frankreich genauso zum Beispiel auch gegen Le Pen, nur davon hat man sich einfach nicht beeindrucken lassen. Und das muss die Message sein. Wir sind stark, wenn wir uns nicht von Widerstand beeindrucken lassen, wir sind stark, wenn wir unsere Interessen selbstbewusst vertreten. Danke an alle, die dieses Video jetzt teilen und diese Botschaft damit verbreiten. Und man sieht ja auch, wie dringend es notwendig ist, dass wir uns wirklich alle zusammenschließen und wirklich selbstbewusst für unsere eigenen Interessen als Land, aber auch für die Interessen unserer Familien eintreten. Denn die Interessen der Bürger dieses Landes müssen an erster Stelle stehen. Wenn ich jetzt, wie ihr seht, dass Annalena Baerbock sagt, man muss die Kriterien aufweichen, dass die Ukraine in die EU kommt, dass wir dann alle noch mehr Milliarden brauchen, die praktisch uns wieder weggenommen werden, um sie da zu investieren, das ist nur so ein Punkt, der genau belegt, was ich hier gesagt habe. Aber ich möchte dieses Video mit positiven Worten schließen. Denn ich sage ganz klar, man sieht eben, es gibt Widerstand. Es gibt wirklich Widerstand, europaweit und weltweit, gegen eine Politik, die die eigenen Bürger immer weiter entmündigt, die unsere Freiheit und unseren Wohlstand zerstört. Und deswegen sage ich auch ganz klar, egal wie viele Hasskommentare ich hier immer auf diesem Kanal bekomme, ich bekomme von euch auch immer sehr viele schöne Dinge. Und zum Beispiel habe ich eine Nachricht bekommen, die kann ich nicht vergessen, da meinte ein Mann zu mir, dieser Kanal, Never Forget Nikki, das wäre praktisch so eine Art letzte Bastion der Vernunft für ihn. Das wäre praktisch ein Ort, wo er sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen kann, hier in den Kommentaren immer. Und deswegen wäre er mir sehr dankbar, dass es diesen Kanal gibt. Und das hat mich natürlich sehr bewegt. Ich bin euch nämlich auch sehr dankbar, dass ihr es möglich macht, dass es diesen Kanal hier weiterhin gibt, dass es diesen freien Journalismus hier weiterhin gibt. Und deswegen sage ich auch Danke an alle, die ihn freiwillig finanziell unterstützen. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, blende ich hier im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unten in diesem Video verlinkt. Und ich danke aufrichtig jedem, der sich dazu entscheidet, weil ihr macht diese Arbeit hier weiter unabhängig möglich. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal vollkommen kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren. Macht es unbedingt, weil dann wird dieser Kanal noch mehr Menschen vorgeschlagen. Es hilft also, die Botschaft zu verbreiten. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch Leute. Ciao.